ja schön dass ihr euch da eingemauert habt aber das haben sie zumindest auch gut gelöst die entwickler supply nehmen wir es mal von da den strom weisen jetzt hier den raum zu dass das ein gemeinschaftsraum ist können dass sie auch offen lassen das ist glaube ich nicht ganz so dramatisch und dann schauen wir uns mal um was wir denn hier so schickes haben wir tun da auf jeden fall also fernseher denke ich ja schon mal zwei tische da rein dann könnten wir da geht es wieder richtig ab so machen wir erst mal so und haunt jemand fernseher hallo fernseher hier so ein fernseher hin das gleiche darf versuchen es noch mal gespiegelt zu machen und zwar so und hauen dann fernseher hin und ein paar telefonzellen können wir natürlich auch noch dahin hauen machen wir es mal an die seite vielleicht das würde mich persönlich weniger stören ich glaube das kann man so lassen gibt es sonst noch was was man da rein setzen könnte können dann noch so zwei dinge da rein setzen aber dann habe ich glaube ich wirklich alles gemacht was man machen konnte wenn es jetzt nicht klappt dann weiß ich es auch nicht dann versuchen wir es einfach mal so und wir können natürlich noch ein bisschen was blödes probieren können hier noch so zwei toiletten hinsetzen hier gibt es noch einen zweiten eingang eingang rein machen wir glaube ich nicht so sinnvoll warum laufen hier jetzt eigentlich vier wachen herum ihr habt da nichts verloren dann 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 Kann man so machen. Also die muss da stehen bleiben. In der Kantine sollte vielleicht auch eine sein. Schauen wir mal, ob das besser klappt. Und vielleicht reicht es, wenn man hier auch eine Route macht. Indem man folgendes tut. Schauen wir mal. Kann ja sein, dass der jetzt nicht ganz da hoch geht. Okay. So weit, so gut. Und schauen wir uns an. Ja, Recreation. Und jetzt sinkt's. Wunderbar. Und wir verdienen sogar noch was. Herrlich. Dann können wir ja jetzt so langsam darüber nachdenken, das Gefängnis zu erweitern. Und ich wollte gerade schon Hotel sagen, aber es ist ja keins. Kontenstil. Achso, hier hat er das noch vom abgebrochenen Bau. Okay. Qualified prisoners. Das ist natürlich hochbegehrt. Was sauber machen. Entschuldigung. Ich versuch's auszuschneiden. Was ich sehr wahrscheinlich eh vergessen werde. Ja, die schmeißen einfach ihre Dreckwäsche auf den Boden. Geht aber erst seitdem die Wäscherei am Laufen ist. Erst seitdem machen die das. Ja, wunderbar. Also Recreation ist noch bei weitem nicht so, wie es sein sollte. Gut, haben jetzt natürlich das Problem, dass im Regime relativ wenig Freizeit ist und mehr Yard. Aber sollte jetzt auch nicht das Thema sein. Wie schnell die Wände hier zu wuchern, ne? Ja. Aber zumindest geht nichts kaputt. Ist ja auch schon mal was. Gut. Gut. Verschaffen wir uns mal einen Überblick. Wir haben jetzt 31 Plätze und wir haben maximal 26 drin. Heißt fünf Plätze wären frei. Da brauchen wir, wenn wir jetzt hier das aufmachen, haben wir acht. Die nehme ich sogar. Die nehme ich sogar. Das lasse ich sogar jetzt auf mich zukommen. Weil acht geht ja noch. Aber eben in der letzten Aufnahme waren es ja 20 oder so. Oder 21. Da weiß ich nicht, wie ich die sofort unterbringen soll. Deswegen lassen wir es jetzt erstmal hier bei acht sein und holen uns damit ein bisschen Kohle wieder rein. Wir verdienen so ja schon. Können wir mal gucken. Wir mussten dann jetzt hier Steuern zahlen. Ah. Gift gefunden. Wir sollten uns nämlich baldmöglich zwei Hunde irgendwie anschaffen. Einen, der hier den Bereich patrouilliert und einer, der hier den Bereich patrouilliert. Weil die Gefahr ist einfach groß, dass von der Seite aus irgendwas passiert. Und hier sieht man, die Leute laufen dahin, wo sie nicht hinlaufen sollen. Das heißt, die werden irgendwas haben. Gucken wir mal. Da. Also da muss man aufpassen. Wenn die irgendwo hinlaufen, wo sie nicht hinlaufen sollen, dann stimmt irgendwas nicht. Gucken wir uns auch nochmal an, wie sie aussieht. Guckt euch das an. Das hat doch Wunder gewirkt. Jetzt sollte eigentlich kein, ja, kein Krieg mehr ausbrechen. Weil so schlimm ist das Ganze jetzt hier auch nicht. Und Schlaf bekommen die natürlich auch noch genug. So, die Reinigungskraft ist vielleicht ein bisschen überfordert. Gut. Dann können wir uns anschauen, was wir hier an solchen Sachen noch erforschen können. Nehmen wir erstmal hier die Überwachung. Und dann nehmen wir hier Remote Access. Das wird dann aber ein bisschen rumprobiererei, weil das ist ja ein relativ neues Feature. Das habe ich selber noch nie ausprobiert. Und so einen ordentlichen Knast habe ich noch nie gebaut. Also ganz ehrlich, da bin ich echt zufrieden mit. Ich binper stattgefunden. Das wieder passiert. Das ist ja gut. Ganz ruhig. going Untertitelung des ZDF, 2020 Jo, ich glaube so machen wir das, dauert ja nicht mehr lange, hätten wir das. Und wir könnten ja rein theoretisch uns mal hier den Spaß machen und die ganzen Türen hier mal ausbauen. Und setzen die mal richtig rein, weil das sieht ja furchtbar aus. Ja. 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 Jetzt sieht das Ganze schon etwas anders aus, nicht wahr? Na, dann machen wir doch weiter damit, weil solange die da schlafen, ist das ja vollkommen wurscht. Ja. Es war gerade wieder ein Alarm aufgegangen. Aber so dramatisch ist das Ganze jetzt auch nicht. Ist das gar nicht als Zelle ausgewiesen? Was ist denn da passiert? so. So. Jetzt sieht es zumindest schicker aus, weil die Türen sich richtig öffnen und schließen. da haben wir es ja richtig gemacht und die Tür könnten wir noch nehmen. das Mantel. Das Mantel. Und hier die bitte auch. Ja. 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 So. Ja. Na, hätten wir dies. So. Die sind alle sauber. Jetzt haben wir eine leichte Überbelegung. Schließen das hier aber auch und verdienen zumindest jetzt wieder ein bisschen mehr Kohle.